Hallo Miss X, ich weiß nicht wer du bist Ist egal, denn wer zum Fick braucht schon Infos über dich Dich könnte ich ficken ohne Vergleiche oder Punche Doch das wär zu langweilig Denn Fakt ist, du Spass schämst dich vor den Retro-Town-Kindern Und verlinkst dein Profil nicht, bist du behindert? Aber hier mal ein Wort zu deiner Qualifikation Schlecht, gefühlte 17 wie Vergleiche Was war denn das? Mehr als ich in meinem Leben jemals gebracht hab Und das Beste daran kein einziger war geil Doch dafür bin ich ja hier, denn Trifoss ist tight Ja, ich red von mir selbst in ner dritten Person Und zieh dich weg auf die Erde Gravitation, das ist das Wirtel Du hast schon keine Chance Aber Glückwunsch, du bist echt weit gekommen Digga, dein Doppel-Time, was war das? Du hast nichts verstanden, aber war voll krass Ey, spül dich runter, so Abfluss-Style Dein Rap ist nicht geil und deine Technik rostet ein Irgendwann bist du fett Ey, ich glaub an dich Aber nicht in Sachen Rap, ich mein dein Körpergewicht In einem zweiten Sechzehner wärst du mir nicht wert Hashtag Zeitverschwendung Yeah Yeah Die Technik rostet ein Untertitelung des ZDF, 2020